ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nice. Dann können wir Barrel machen, oder? Ich höre, siehst du das? Willst du Barrel machen? Ja, ja. Ich hole mal die Campion. Ich habe nicht so viel Leben, also ich bräuchte Hilfe. Dann legt er es. Ich mach es so gut. Dann legt er es. Dann legt er es. Dann legt er es. Dann legt er es. Digga, verschifte ich, Mondo. Digga, aber das ist auch so nervig, weißt du, mein Qsl prägt mir gefühl gar nichts, weil ich einmal gebunden wurde. Digga, woher kommt der jetzt? Hä? What the f**k? Ich hab keinen... Der Master Yi hat Ignite dabei! Holy sh**, Alter. Der Daumen habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Nein, ich sterbe! Cool, er kann sich auch nicht im Traum halten. Warum sind da noch 3 Leute... Warum stehen da 3 Leute random beim Blue Buff? What the f**k? Nice, schön. F**k, jetzt habe ich anstatt meiner Pod Gale Force gejust. Mann, ich bin so hart am Ende, Mann, was will die, Alter? Ich fahre da mal kurz hoch. Und ich bin Quinn und ich f**k die Sandra. Macht Sinn. Er hat meine f**king Ult geblockt, ich bin so schlecht. Nerve dir jetzt nicht, du Arsch. Schneide dich ins Video. Mach du. Du fetzt dich. Wer macht was? Ich muss... Es läuft! Oh, natürlich ist wieder jemand da. F**k auf. Hä? Ich bin stuck! Ich kann mich nicht bewegen! WTF? WTF? Waaa... WHAAAT? WHAAAAT? WTF? WTF? Hast du das gesehen, wie ich einfach nur da gestanden bin? Und mich gar nicht bewegt habe, Leute? Jungen, das war aber ein Turbo eben von mir gerade. ja mann damage also und er nichts mit dem stil bist du da durch jedoch mich hauts weiter zurück aber da will ich einfach reingeballern ihr fickt euch doch naja jetzt wirst du eh gleich drüber machen undoo dead oh wait ult 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 oh mannne peak performance oh mein gött alter Oh, mein Gött, Alter. Holy shit, war das eine schwere Geburt. Wie habe ich den DQ verkackt? Tam kann den auch alleine klatschen. Was ist denn das vom Diego, Digga? Tam ist zwei Level ahead. Und da ist sogar... Ja, komm, wir machen nur den. Nein, nein, das hier war's echtbar. Ja. Tam, Digga. Er ist nicht da drin geblieben. Da war wer, sagt doch. Ey, guck mal, hier ist Cannon. Wo ist Cannon? Weiß ich nicht. Darf ich den One-Shotten? Boah, war der in die WU eigentlich, Digga. Kann nicht. Bin ich, ja. Hier, lass ihn einfach machen. Tam ist drüben. Der kann da aufpassen. Und ich cage einfach da in den Drak... Okay, nice. Schön. Lol. Oh mein Gott, ich hab gejoked. Fick ihn. Fick ihn. Nick, ich hab so scheiße gespielt. Wie hab ich... Das darf ich nicht überleben. Heilige Scheiße hab ich schlecht gespielt. Oh, da kam unser Backup. Ich glaub unser Backup geht erst auf den Cannon. Ja. Ich nimm mich auch. Ich bin da auch so Backup. Was macht ihr da eigentlich zu 17? Ja, zum Glück war ich da. Sonst hätt ich sowieso nicht geschafft. Ich hab mich kurz disrespected. Könnt ein Baron holen. Ja, machen wir doch. Ich hab's nicht auf den Ball. Oh, der hat Surround. Ja, der Wolf ist noch. Die Performance. EWQ Holt. Yeah. Kombo. 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 Ich denke, ich werde gerade fahren. Ja, das ist es.